Deine Stimme für den 13th Street Shocking Short. Eine prominente Jury kürt wieder in den feststellendsten Kurzfilm. Und du kannst jetzt mitbestimmen. Einfach auf tvspielfilm.de die 10 nominierten Filme ansehen und deinen Favoriten wählen. Der Film mit den meisten Stimmen gelangt direkt unter die drei Finalisten. Der 13th Street Shocking Short geht an. Deine Stimme für den 13th Street Shocking Short. Präsentiert von TV Spielfilm. Präsentiert von TV Spielfilm.